Von klein auf an hat es von mir nichts anderes gegeben, als Skifahren. Es gibt nichts Geilers, als wir am Berg oben stehen und einfach runterheizen. Nächste Woche fängt dann das Training an und da hast du dann wieder voll Gas geben. Das ist eine Gratwanderung. Da hast du eine richtige Balance finden, dass du das genau auf den Punkt bringst, du dir das vornimmst. Wenn du so einen kleinen Rückzieher machst, dann ist es am gescheitsten, du schmeißt ab und bist dran. Ja! Streif. One hell of a right. Ab 25. Dezember. Im Kino.